. Ach Gott, ich kann nicht durch die Schicht. Was bei Ihnen gerade ist es hier? Vorne Weg, der Jürgen. Keine Zünne. Doch, das ist das Klaue. 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 Wir haben das 4. Das kann man dann schon mal passieren. Der 4.9. Das ist wieder unterwegs. Dieuen wurden angegriffen. Von der 9.8. Das ist noch nicht ein Klaue. Da haben wir die 1.5. Da leichte Buschierung am Ausgang der Kurve von der Nordsee. Wir haben die 90, also hier war der vorbeigenassen, an dem gerade Fahrtort, der um die neunte der Keil, den er gerade leicht gestört hat, vorbeigenassen hat, also richtig der Ablege von der 90 vom Keil, hat da wirklich hohen Platz. Da schrecklich, da werden wir gerade eben gesagt, dann durch die 60 vorneweg hin. Mit der Sendung aus der Reihe, das große Fahrzeug machte jetzt nicht auf die Grafik, das ist das für das Fahrzeug, weil es weiß, wo es leider weiß ist. Silberglau ist ja hier, ich sage mal, die man manchmal ein bisschen schlecht erkennen kann, also so klein würde es nicht stehen, wenn die 219 hätte so die Einfolge da sind. Das ist ein Schuss, das ist ein Schuss. Da würden wir jetzt mal die Nähe von der Sendung anstehen. Die Vorbereitung von 1.4 Sekunden ... ... und 1.6 Sekunden ... ... und 2.4 Sekunden ... 1,4 Sekunden war der 8-Welt-Vorsprung von der 6-Welt-Welt-Welt-Welt-Welt-Welt-Welt-Welt-Welt-Welt-Welt-Welt-Welt-Welt-Welt-Welt-Welt. 1,3 Sekunden war der 4-Welt-Welt-Welt-Welt. ... ein kleines bisschen verschecksvoll nach, wenn das Gürtel Fehler gemacht hat am Ende der Tag. So ist das auch ein bisschen gesehen, ja, und jetzt wird, glaube ich, das ... ... ja, so ist der ... ... der hier aufkommt ... ... der ist mal erblüßt, die wieder über die Staatenziele, die hier waren, das ist am Ende der Tag, wo das Holzbeuge entstehen hat, die Schleife drinnen. ... und ... ... ja, hier ist die Autofahrer, der so klein kann, dass die Autofahrer, der so klein kann, ... auch in meiner Formel 1, ... wir stellen jetzt die Fahrer, ... 70% hier am Ende der Tag, ... oder die Schleifung der Fahrzeit kann, ... das wird sich auch ... ... und da ist es hier genau, sehe ich, die Schleifwagen, ... mit dem Augenblick, die 6 der Gürtel, ... die sind da jetzt auch bei gleich, ... ganz hinten dran vorbei zu fahren, ... und da ist es hier noch so, die Schleifwagen macht ein bisschen auf, ... da kommt gleich das Führung vor, die beiden ... 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